Hallo und einen schönen guten Tag. Willkommen zum Kurzwetter hier am Karsamstag bei wetter.net. Wir schauen uns mal die aktuelle Karte an in Sachen Trockenheit bei uns in Deutschland. Und wir sehen hier schon im Osten des Landes zum Teil dunkelrote Farben, aber auch hier im Süden und Südwesten des Landes. Und diese Bereiche, die markieren eine außergewöhnliche Trockenheit in diesen Gebieten. Das ist die Trockenheit in den ersten 1,8 Metern des Erdbodens. Da hat es ziemlich wenig Niederschlag gegeben, beziehungsweise sehr wenig Niederschlag ist eingezogen. Ansonsten auch hier mittendrin verbreitet immer noch eine ausgeprägte Trockenheit. Und nur ganz wenige Stellen, wie hier im Nordwesten und im Nordosten, die mal die Farbe weiß zeigen. Und das bedeutet, hier ist das Ganze noch relativ ausgeglichen. Aber im Rest des Landes konnte sich teilweise schon eine echte Frühjahrsdürre durchsetzen. Das war es vom Kurzwetter. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.